So, jetzt schauen wir mal, was hier unsere Triebwerke machen. Die machen irgendwie gar nichts. Ich weiß gerade nicht, warum. Das ist eigentlich hier miteinander alles verbunden. Und zwar bis da hoch. Irritation. Mach mal weg. Achso, ich hatte die Taschen leer gemacht. Ich wollte doch mal meinen Sauerstoff auffüllen. Sau. Mal neues Zeugs hier aus den... Da sind wir fertig. So. Wir haben da fast 1000 von den Triebwerkskomponenten hier, die Advanced brauchen wir ja. Also wir brauchen einen Haufen davon. Die Frage ist, wer fängt hier an, will dann Advanced und will Computer. Haben wir keine Computer mehr? Ach, aber gerade will ich rausziehen. Und da haben wir über 2000. So, entweder gibt es hier ein Verbindungsproblem von dem Container. Das geht gar nicht. Wir sind hier, gehen hier runter, gehen da rein. Hier ist auch nochmal ein Fütterband. Das Fütterband geht da unten lang, geht hier hoch, geht hier rum. Und da waren gerade die Wälder dran. Das ist doch Fusch. Das ist doch Fusch. Gucken wir nochmal. Also entweder ist das ein Grafikfehler, ich sehe nichts oder was. Kann doch nicht sein, oder? Die hat er hochgeschweißt, die nicht. Den auch nicht. Muss man vielleicht weiter weg sitzen? So, eigentlich nicht. als würde da nichts durchlaufen komisch jetzt machen wir was jetzt scheint auf jeden fall was zu funktionieren das ist ja schon mal wie eben wir gehen ganz schön weg wie warme semmeln das recht ist kurz nach hinten schieben zw wegschalten brauchen noch triebwerke ich mache die jetzt einzeln zion verge anlage 2 produziert auch noch für den ark reaktor das brechen wir ab später noch einmal einstellen gehen hier zu den bergen mal hin da auch noch mal rund 20 hier läuft noch die ok läuft noch ark fuel beziehungsweise läuft nicht da kein uran mehr da ähnlich produziert nach und nach nach einen ark reaktor in 100 kann man so machen ok ok seid ihr fertig dann machen wir dasselbe hier nochmal brechen zu brauchen brauchen wir hier eine anlage bitte 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 ich ab da ab da ihr arbeitet da fleißig dann können wir hier nach drüben gehen und hier vielleicht einmal einen hinzauern so das müsste die seite sein ja wohl dann gucken wir mal ob wir mit einem mal hinkommen mal genau rein halten 5 ok ich bin fast reingeflogen nicht so toll so das fungiert aber hier fehlt was aber die advanced fehlen machen macht aber nichts die sind ja in produktion produktion euro klein mit So, dann gucken wir hier nochmal rein. Produktion. Was fehlt? Was? Platin. Du musst hier Platin erstellen. Was haben wir denn noch gemacht? Platin. Platin. Platin produziert. Du zieht langsamer, was produziert. Okay. Platin rausziehen. Das können wir nicht. Gut, dann muss das halt dauern. Hier auch an. Auf jeden Fall links, rechts, oben, unten schon was dran. Dann mal fertig werden. Natürlich wüssten, welche die Platin ist. Mal schnell gucken. Hier Raffinerie, acht. Acht. Aufrat anzeigen. Ah, da. Wie ihr macht. Das ist genau du. Okay, dann. Mal schnell noch. Whitelist. Schmeiß die Tür nicht mehr da unten. Ich weiß nicht, was ihr macht. Sinn. Sorry. Meine lieben Nachbarn. So, dann gehen wir hier noch einmal rein. Zeigen hier Platin. Schauen wir uns nämlich mal was. Wir werfen das in die große Raffinerie rein hier. Läuft. Wir können hier ausblenden. Wir kennen das vor. ig lista. Wir sehen uns wie ein paar Züge crazy is atual. 2-5. Welchen roll mit mirprüfung hat? Das ist verschw required. 3-5. Ich muss sie dann nämlich alle im Umkreis so machen. Nein, weg machen. Genau, dann haben wir ein bisschen rechts die Britzeln. Die auf der Seite sind jetzt schon fertig. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. So. Das ist unten, das ist oben. Passt. Jetzt fängt es langsam an, hier ein bisschen verbaut auszusehen. Aber das ist halt nur, weil hier die Stänge momentan hängen. Dasselbe müssen wir hier hinten aber auch nochmal tun. Jetzt können wir ja schon nochmal anfangen. Bis hierher. Dinge ziehen. Fünf. Einmal drehen. Danke. Auch. Danke. So, dann wollte ich hier gerne einen hinhaben. Nach unten zeigt. Ja, so. Genau mittig. Jawohl. Auch. Binden wir das hier nur nochmal mit dem. Müssen wir das dann hochschweißen. Oh. Und hier hinten wird es dann richtig teuer. Moment, habe ich da aber keine Wecke hingemacht? Nö. Sehr lustig. Sagt aber keiner was von euch. Okay, dann müssen wir das noch tun. Level. Halt, er hat es alle Blöcke. Level. Da sind sie schon. In kleinen hätte ich gern. Und einmal so rum hätte ich die gern. Gut, dann mal auf. 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 Passt. Irgendwie. Von hier vielleicht schmeißen. Mann, da. Da. Da ist mal die Leitung. Müssen wir mal schauen. Beklar. Da ist es. Oh, wenn wir hier sind. Obwohl. 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 Nummer 5 anbauen. Dann kriegen wir das da genauso hin. Diese zwei können wir schon mal einschalten, weil die hier noch nicht... ...und wie unten die Rohleitung nicht angepasst ist. Wow. Aber ist gut, dass die noch nicht hochgeschweißt war, sonst wäre ich jetzt tot gewesen. Genau, dann werden die nämlich von da aus geschweißt, die werden geschweißt. Perfekt. Jetzt Raster ausblenden. Schweißgeräte. Das ist an. Schweißgeräte. Was an. Schweißgeräte. dass wir sie gegebenenfalls mal ausschalten können passt ähm auch Munition genau ich fühle mich mal erweffen jetzt müssen wir irgendwie warten bis die Dinger da alle produziert sind fertig sind ich weiß nicht weil Platin ist ein bisschen wenig Apropos auf die letzte auf die Platin haben wir noch eine ganze Menge da ist nur noch nicht verarbeitet wir hier vielleicht noch ein bisschen Platin reinziehen 10.000 100.000 35.000 rein wir drücken noch eine das geschaltet Platin 35.000 eingeschaltet Platin Produktion etwas schneller nicht optimal okay und das läuft unabhängig wenn wir mal einen Jump machen noch bis zum Mond ich hoffe das funktioniert so dass wir errecken ich bin ja vorbeigeschossen aber sauber vorbeigeschossen die Position so habe ich mich verschätzt dann waren das vielleicht noch 30 Kilometer oder so bis zum Mond das ist ja nice okay dann können wir den Punkt das erste Mal der Releber so dann müssen wir erst reden dieser Weg wird kein leichter sein dieser Nussschale da diese kleinen Triebwerke irgendwas einzubremsen das ist fertig schweißen oh die da oben fertig zu 1 fertig das bringt ja nichts hier Gas zu geben mit den kommen wir noch nicht an das dauert zu lange wir müssen das hier fertig arbeiten lassen das lasse ich jetzt mal offline machen bis das soweit ist also bis fast alle Triebwerke hochgeschweißt sind dass wir uns nur noch um die Hintersten kümmern müssen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder danke fürs Zuschauen macht's gut